hallo leute ich bin negenkiller und herzlich willkommen zu einem neuen video im heutigen video möchte ich euch mal so ein bisschen i go random, i go random sag ich schon mal aber das ist ja noch ein ehrenadresse aber egal vorstellen das ist eine seite in denen ihr euch sowas wie random steam keys halt nur mit csgo skins holen könnt und zwar kauft ihr euch hier entweder für 125 russische rubeln so einem random skin oder für 499 russische rubel keine ahnung wie genau die währung heißt im skin und ich meine wenn ihr die hier für 500 holt habt ihr auf jeden fall einen roten skin drin und ja man kann ja auf der seite leider nicht mit paypal zahlen deswegen habe ich mir hier auf g2a mal ein key dafür geholt ein kollege hat sich auch mal ein key für diesen 125er geholt und ja jetzt kosten die hier ungefähr zwei euro der hat damals noch 1 60 zweimal bezahlt hat einmal hier die fire elementary in einsatzsupport bekommen die 8 euro wert ist also hat er schon mal wenn er 1 60 gezahlt hat ungefähr 6 euro gut gewinn gemacht und dann hat er noch die p250 kartell bekommen ich weiß jetzt nicht genau ich glaube minimal oder gebrauchssprung oder fabrik neu und die ist auch ungefähr 2 20 wert also hat er damals auch 60 cent gewinn gemacht denn wenn man hier so guckt 125 rubeln sind eigentlich laut google 1 euro 75 und ja deswegen kosten die keys hier kosten jetzt 2 euro also zahlt man ein bisschen mehr und gucken wir mal 499 rubeln kosten 7 euro und die kosten hier dann bei g2a kostet das halt nur 6 euro so ein skin könnt ihr auch wie ihr gerade gesehen habt in so einem 5er pack kaufen dann kriegt ihr gleich fünf stück davon und ja ich würde mal sagen wir testen unser glück mal auf der seite und loggen uns mal ein können uns dann hier über steam einloggen anmelden und ja ich hoffe mal wir haben etwas glück dann gehen wir einfach hier mal auf kaufen promocode eingeben dann muss ich mal kurz gucken wo ist denn hier mein code moment das dauert ein bisschen so ich bin kein roboter und so weit eingeben zack und wir drücken auf ok bitte warten bitte warten bitte warten nova koi fabrik neu statrack oh ähm gucken wir mal fabrik neu statrack da könnte die an sich ist das kind wo habe ich direkt schon ein handelsangebot wir gucken erstmal was die wert ist 1,65 und wir haben 2 euro für den skin bezahlt also haben wir hier schon mal verlust gemacht handelsangebot ist auch schon direkt da und ähm ja gehen wir nochmal auf die startseite und probieren wir mal unser glück mit ähm ja jetzt schreibt der mir grad was er für skins noch bekommen hat der hat es nämlich nochmal zwei äh nochmal zwei kurz gekauft und jetzt probieren wir mal unser glück boah hier jungens hier sind meine meinung meines wissens nach nur rote skins bei also einmal tief durchatmen daumen drücken und ähm los geht's kommt eine rote skins kann ja kein knife dabei sein aber jetzt so eine vulken ja komm über spam ich überall zu ich muss hätte mal vorher die ganzen fenster schließen sollen komm bitte was gutes bitte was gutes bitte warten bitte warten bitte warten kommt 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 ähm uh bullet rain minimal ich glaub die ist nicht viel wert minimal 4 euro 10 ja hätt ich die mal ein stat weg bekommen ey naja wie gesagt auf der seite könnt ihr dann halt ähm ja skins random holen ist vielleicht zum teil mal besser hier so ein äh dingens aufzumachen anstatt sich ähm ein key zu kaufen und dann eine kiste aufzumachen ist ja vom preis ungefähr ja 2 euro ungefähr genau das gleiche von daher würde ich euch lieber empfehlen hier so ein random key äh random key zu holen oder skins zu holen da ähm da ja eigentlich fast immer ähm minimale gebrauchsspuren oder fabrik neu sind und ja das war's mit dem video ich hoffe mal ich konnte euch die seite so ein bisschen schmackhaft machen und ähm bedanke mich an dieser stelle recht herzlich fürs zusehen ciao ciao